Beton oder doch nur Papier, jetzt stellt sich raus, ob die Unterstützung, die mögliche Unterstützung, muss man ja sagen beim DAX, ob die tatsächlich hält. Wir haben es gesehen, wir haben die 15.400 auch beim Index jetzt nun endlich gesehen. Das war ja eine Marke, über die wir schon ganz lange gesprochen haben. Ich mache das Bild nochmal ein bisschen groß, was sich andeutete noch nicht zu dieser Zeit. Ihr erinnert euch, ich war lange Zeit relativ bullisch. Bis dahin war ich bullisch, das sieht super aus. Wenn es wackelig runterkommt, überhaupt gar kein Problem. Wenn es steil runterkommt, ist nicht so doll, aber spätestens an dem Tag, wo wir die Überschneidung hatten. Hier deutete sich das schon mal so ein bisschen an, aber spätestens an dem nächsten Tag beim Future war das natürlich dann ohne Sprung. Aber nachdem die Überschneidung kam, war klar, ja, das kann ja nicht mehr das Bullische sein. Das ist unmöglich. Das heißt, das bullische Szenario, was ich bis zu dem Tag hier, als es noch da oben war, habe ich gesagt, Mensch DAX, 18.000, locker, möglich. Das hat sich erledigt. Und damit war eins relativ deutlich. Dann wird es wohl wieder diese Marke sein und ein bisschen Projektionszielen und Pipapo war irgendwie so 15.400. Das war jetzt mal so ein Schlachtruf. Das muss jetzt nicht ganz genau sein. Aber das ist damit eben wieder relativ deutlich, dass dann so eine Bewegung kommt. Das werden wir gleich noch mal an anderer Stelle brauchen. Deshalb gehe ich hier noch mal in die Annalen rein. Der Kurs hat es schon fast erreicht hier. Noch nicht ganz abgefrühstückt. Dann ist er noch mal ein bisschen hoch korrigiert. Dreiwellig, ihr seht das Ganze hier. Und anschließend eben dann noch mal die weitere Abwärtsbewegung hier nach unten. Und da sind wir jetzt. Also die blaue Kiste hier vorne, die brauchen wir eigentlich schon länger nicht mehr. Da waren wir ja schon durch. Jetzt sind wir in dieser blauen Kiste. Und ihr seht, na ja, was willst du? Ein bisschen Platz haben wir noch. Genau. Also wir müssen noch nicht super in Panik geraten. Diese Kiste mit 15.400, die ich jetzt mit einer engen Marke genannt habe, die ist natürlich jetzt nicht ganz so genau. 300, 200 ist auch noch okay. Aber jetzt gilt es wirklich. Auch beim DAX gilt es jetzt. Denn wenn es noch tiefer geht, dann werde ich dann doch ganz schön nervös. Beziehungsweise eigentlich werde ich nicht nervös. Denn ich rechne eigentlich ja schon fast damit, dass diese Zone jetzt hier nicht hält, sondern dass der Kurs sogar weiter nach unten geht. Aber womit ich rechne, ist ehrlich gesagt nicht wirklich Verlass. Also nicht jetzt sagen, Mensch, er sieht das auch so. Dann muss es ja so kommen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich sehe die Gefahr. Und zwar auch mit Blick nach Amerika. Aber auf jeden Fall hier jetzt diese Unterstützung. Da sollte der Kurs jetzt nicht durchgehen. Das Doofe ist, aufgrund dieser vielen Hackmax, die wir haben, vielen Korrekturen hoch und runter, das Ganze ist etwas unübersichtlich. Deshalb seht ihr, dass wir ja auch tausende bunte Linien haben. Und man sich echt die Frage stellen kann, ja, welche ist es denn jetzt? Es ist tatsächlich nicht irgendwie so ein messerscharfer Bereich. Aber irgendwo da unten ist dann der Meltdown, wo man sagen kann, also wenn das dann wirklich angegriffen wird und vor allen Dingen dann spätestens, wenn es durchstoßen wird, dann ist auch die Tür wieder bis 14.500 offen. Und wir kennen das alle, der Markt übertreibt ein bisschen dann gerne auch nochmal bzw. möglicherweise dann sowieso 14.000er Marke. Also irgendwie sowas in der Richtung. Das ist jetzt nicht super genau die Aussage, aber das wäre jetzt dann so die nächste Zielrichtung, die ich hier mir ohne weiteres vorstellen kann. Und nicht, dass der Kurs zwingend dann nach oben geht, sondern die Chance, dass es dann sogar nochmal weiter geht. Also ihr seht, da ist eine ganze Menge Gefahr im Moment in Verzug. Also DAX erstmal auf der Abwärtsseite. Ja, ist es dann jetzt zwingend? Naja, nicht so richtig, denn noch geht der Kurs zwar nach unten, aber ich habe es ja schon angedeutet, hier wäre schon eine Chance für eine Unterstützung. Die Marktteilnehmer müssten halt zugreifen. Und in den letzten Tagen, auch bei vielen Einzelaktien, ich gucke ja viel auch auf einzelne Aktien, hatten wir mehrere solcher Linien, die echt für eine Unterstützung gut waren. Die Marktteilnehmer haben aber gesagt, ihr könnt uns mal, wir kaufen nicht. Und ich befürchte fast, dass die DAXianer, also der Gesamtmarkt sozusagen, was ähnlich sieht und eben gar kein Interesse hat, hier auf Wände zu spielen, sondern eben so, naja gut, das ergreifen wir hier auch nicht. Ein bisschen ist das quasi wie so ein Rettungsring, den man zugeworfen bekommt, man weiß, wo er liegt. Und jetzt müssen wir gucken, ist er noch kräftig genug zuzugreifen oder sagt er, naja komm, lass sein, wir gehen einfach noch weiter runter. Na, ein nicht so schönes Bild, aber offensichtlich das, was wir da im Moment zu erwarten haben. So, aber jetzt sind wir hier in einer Phase, da müssen wir genau hingucken. Und für diejenigen, die die Hoffnung für den Bullenmarkt noch nicht gänzlich aufgegeben haben, auf was solltet ihr gucken? Generell sollten wir als Marktteilnehmer jetzt auf folgende Bewegung gucken. Wenn wir, ich gehe mal hier auf 15 Minuten, machen wir nochmal, auf 15 Minuten Chart hier. Ich müsste, um zufrieden zu sein, jetzt eine relativ starke Aufwärtsbewegung sehen. Das geht theoretisch schon auf allen Zeitebenen. Das könnte ich auch im Tagesschart, dann sind es halt mehr Punkte, die ja dann durchläuft, aber eine relativ starke Aufwärtsbewegung bekommen. Das könnte durchaus so ähnlich sein wie die. Damit bin ich gar nicht so unzufrieden. Ein bisschen steiler wäre vielleicht noch besser, aber sowas in der Richtung. Das reicht aber alleine nicht. Also nicht jetzt sagen, ah, guck mal, der geht jetzt steil hoch. Anschließend müsste er korrigieren. Korrigieren heißt eben dreiwellig ist ganz häufig oder eben mehrfach hin und her wackeln. Wir hatten hier so ein Gegenbeispiel. Zack, oder dann hatten wir A, B, C oder Zack. Dann hatten wir hier mehrfach wackelnd mit Überschneidung. Also wenn ihr sowas seht, das ist keine starke Richtung. Dann geht es häufig in die Trendrichtung von vorher hinten auch nochmal. Also ihr seht, so müsste das in etwa aussehen. Und idealerweise sollte diese Korrektur so halbwegs in die Mitte wieder rein. Ich will jetzt noch gar nicht so einen genauen Wert nennen. Viele von euch wissen das. Zeichnet einfach mal so Fibonacci ein. Tiefster Punkt, dann höchster Punkt. Ich weiß ja noch nicht, wo der ist. Dann habt ihr die 50er Marke. Das ist so eine grobe Orientierung, beziehungsweise so 61, 8 bis 38, 20. Da in diese Box, wenn die Korrektur da reinläuft, dann würde mir das Mut geben für aufwärts. Alles andere, was wir jetzt an Gezucker hier hin und her kriegen, ist für mich nicht ausreichend. So, also bitte nicht so sehr auf diese Marken. Die müsste ich mal größer stellen, dass ihr die besser lesen könnt. Wahrscheinlich könnt ihr die gar nicht sinnvoll ablesen hier. Aber das ist auch gar nicht notwendig, diese exakten Marken. Achtet auf dieses Ding. Ob das dann jetzt so ist, ob das dann so ist oder ob die Bewegung so aussieht, spielt dabei ehrlich gesagt gar keine Rolle. Wann immer ihr das seht, wisst ihr, was die starke Seite ist, was die schwache Seite ist. Und habt ihr beste Voraussetzung, dass der vordere Teil hinten nochmal kommt. Dass der vordere Teil hinten nochmal kommt. Dass der vordere Teil hinten nochmal kommt. Ob es dann mehr wird, ob die Marktteilnehmer sagen, sind wir schon da oben, jetzt gehen wir auch weiter. Das wird dann hier entschieden. Das wird dann hier entschieden. Also auf den jeweils, wo dann eben diese 1 zu 1 Projektion ist. Bis dahin werden wir noch ein paar Mal reden, keine Sorge. Aber das sind so Orientierungspunkte, an denen ihr euch so halbwegs festhalten könnt dann. Im Moment sehe ich da 0. Deshalb habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Ambitionen, neue Longpositionen. Zumindest beim DAX jetzt aufzumachen. Da sehe ich das aktuell nicht. Ja, wie sieht es beim Dow Jones aus? Da ist es ein grundsätzlich ähnliches Bild gewesen. Ich gehe mal hier auf Tagesebene. Ihr erinnert euch, ich hatte hier jetzt, ich mache mal die Zeichnung weg, auch wenn das so ganz schick unterwegs aussieht. Ich hatte doch noch vor kurzem, habe ich doch noch von der 38.000 gesprochen. Auch hier brauchen wir das nochmal. Ich muss nämlich euch gleich was Neues noch erklären. Und dann hatten wir eigentlich hier und wieder wackelig und hier und nochmal kleiner wackelig. Wenn er dann hier und wackelig. Alles in Ordnung. Spricht alles dafür, dass wir weiter nach oben gehen. Was ich nur nicht gut leiden kann, ist, wenn ähnlich große Korrekturen überschneiden. Und das hatten wir da noch nicht. Da ging es dann wirklich ja korrektiv runter. Also bis dahin war es ja noch genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Guck mal, hier eine Korrektur, da auch wieder, ist das nicht niedlich, eine wunderschöne Korrektur. Nur wenn er anfängt hier zu überschneiden, ähnlich große Korrekturen und überschneiden oder sogar noch diese hier überschneiden, also diese Größe hier hinten und überschneiden, dann wird das nichts mehr. Das ist dann das Zeichen, nee, eben nicht der bullische Markt. Da sind wir genau auf dem, was ich beim DAX eben gezeichnet habe. Ich will euch das deshalb an den verschiedenen Märkten zeigen, weil ich weiß, viele sagen dann, ja, das sieht aber im Nachhinein immer schon ganz einfach aus. Ich will, dass ihr viele Beispiele habt, dass sich eure Augen an diese Szenarien gewöhnen, dass ihr sagt, kommt mal hier, wann immer ich sowas sehe, fällt mir das jetzt inzwischen auch auf. So, also ich mache nochmal das Blaue weg und dann haben wir, wir haben ja darüber gesprochen, das ist jetzt ja keine Überraschung, da haben wir eigentlich hier schon so die erste Indikation gehabt, aber spätestens, wenn wir das da durchstoßen haben, hier an der Stelle. Ja, was soll das denn sein? Ja, das ist doch mit Kursüberschneidung. Kursüberschneidung in gleichen Größen. Ja, also kleinere Größen ist kein Thema. Ich meine, hier haben wir auch eine Überschneidung, diese Korrektur mit dieser, aber die sind unterschiedliche Größen. Ja, oder auch diese hier überschneidet sich mit dieser hier. Ja, das ist ja eine andere Größe. Ja, aber sobald gleich große überschneiden, nicht gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen für Bullisch. Also hier hatten wir ja schon gesagt, also 38 können wir uns abschminken, Positionen gegebenenfalls schließen. Also nicht jetzt exakt, ich habe es ein bisschen tiefer wartest hier wegen der Vergleichsgrößen und sowas. Aber ihr erinnert euch vielleicht noch an die Beiträge, die ich damals dazu gebracht habe. So, und jetzt die Frage, zu was führt das Ganze jetzt? Und wir hatten heute ein wunderbares Interview der Finanztresen. Kann ich euch dringend empfehlen. Schaut euch das unbedingt an. Ich werde mal gucken, dass wir das hier irgendwie so verlinken, dass ihr da ganz schnellen Zugriff auch nochmal drauf habt. Dort habe ich mit Markus Fugmann, der fundamental sehr bewandert ist, der sich gut auskennt, der viele fundamentale Ideen hat. Dann mit Dr. Jörg Rahn haben wir gesprochen. Also wir waren in der Dreiergruppe sozusagen, der ja als Zykliker und als wirklich Vertreter des ganz großen Geldes wirklich Ahnung hat, wie man mit solchen Situationen fundamental umgeht. Und das Ganze dann in der Charttechnik kombiniert. Sehr, sehr spannend. Und wir haben über einen Punkt gesprochen, nämlich, dass ich eigentlich so die Erwartungshaltung habe, dass wir so irgendwie hier hinkommen. Das müssen wir jetzt kurz erklären, warum an diesem Punkt, ich hatte das, falls ihr das Video schon gesehen habt, dort ein bisschen angesprochen. Ich erwarte eigentlich, dass es hier hingeht. Das habe ich eigentlich schon mehrmals erzählt, dass wenn das korrektiv ist, das korrektiv ist, dass wir eine realistische Chance haben, dass wir hinten nochmal mit dem Impuls dann irgendwo hier hingehen. Das ist gar nicht so untypisch. Das ist ein relativ klassisches Bild. Viele erinnern sich, ein Flat. Da reite ich ja schon immer wieder drauf rum. Jetzt hatte ich in dem Video aber noch eine Variante genannt. Was wäre denn, wenn der Markt hochgeht? Das wollte ich ja eigentlich gar nicht so intensiv rausbringen. Aber irgendwie kamen wir so da drauf, was wäre denn, wenn der Markt jetzt doch noch nach oben geht? Und da habe ich eine These rausgehauen, wo ich gesagt habe, ja, dann bin ich trotzdem noch im Nachgang dann irgendwann bärisch. Also muss jetzt nicht exakt dieses Niveau sein, aber irgendwann im Nachgang bärisch. Dann aber gar nicht so sehr auf diese Niveaus, sondern nochmal deutlich tiefer. Und dann kam natürlich die Frage auf, ja, warum das denn? Was ändert sich denn, wenn wir hier nochmal ein neues Hoch hier tatsächlich bekämen? Allzeithochs oder zumindest mal nochmal ein bisschen höher gehen. Ja, der Grund ist der. Aktuell, wir bleiben mal ruhig im Tagesschart, haben wir eigentlich hier den Anstieg. Und das ist eine ABC-Korrektur. Und das, was wir hier im Moment sehen, da würde ich im Moment eher aufgrund der Größenverhältnisse, weil die viel kleiner ist, davon ausgehen, guck mal, lass das doch mal eine ABC sein, hier irgendwie was in der Richtung. Das sind hier so ein bisschen interne Wellenverläufe, die wir da noch drin haben. Das mag störend wirken, aber da würde ich noch sagen, dieses Bild, okay, bietet eine Chance auf dieses Niveau. Es bietet allerdings noch eine andere Chance, die kommen wir gleich noch dazu. Beziehungsweise können wir auch jetzt machen, dass das möglicherweise ein Fünfweller ist. Der ist zwar hinten kleiner, aber sowas gibt es. Das wäre dann ein Ending Diagonal. Und das ist häufig am Ende einer Bewegung. Und in dem Fall hatten wir vorne einen Impuls. Wir hatten hier hinten ein Zigzag, also in der Mitte, und hinten ein Ending. Und damit ist das Ganze insgesamt ein Zigzag. Nämlich A, B, C. Und damit ist diese gesamte Bewegung zu Ende. Und hat sogar Chancen, also unter diesem Punkt noch weiter hinaus zu gehen. Also ob er hier dreht, das ist tatsächlich noch fraglich. Da würde ich mich noch nie mal festlegen wollen. Aber hier ist wieder ein neuer Rettungsanker, ein neuer Strohhalm, oder wie wir es wollen, ein Rettungsring, der ergriffen werden kann von den Bullen. Ob sie es dann tun oder nicht, das werden wir dann sehen. Aber die Chance besteht und dann von dort aus vielleicht noch eine Jahresendrallye dann ein bisschen später dann tatsächlich zu starten, halte ich für durchaus möglich. Aber eben noch nicht sicher. So, jetzt hatte ich aber gesagt, was ist denn, wenn es noch weiter höher geht? Dann sähe es doch eigentlich gut aus. Naja, geht eigentlich so. Denn dann wäre eigentlich so die gleichen Größen. Ja, wären dann ebenfalls ein Ending, was dann also selbst bei dieser Bewegung, wenn er hier nochmal ähnlich hoch, muss nicht höher sein, kann aber sogar höher sein als das. Und dann greift eigentlich das gleiche Bild nochmal, nur blöderweise eine Ebene größer. Was ist das denn, eine Ebene größer? Ihr seht, wie weit ich rauszoome. Da ist sogar nochmal hier das Corona-Tief hier mit drin. Dann hätten wir nämlich folgende Situation. Dann wäre das das von mir angedeutete Zigzag. Und das wäre dann auch nicht mehr später zum Impuls. Warum nicht? Weil eigentlich ein Impuls darf nicht diese Überschneidung haben. Also kann es dann nur die letzte Bewegung sein. Und das würde bedeuten, dieses Zigzag wäre zu Ende. Dann hätten wir vorne Korrektiv. Okay. In der Mitte A, B, C Korrektiv. Und dann würde das nächste Tief wahrscheinlich relativ steil hier hingehen. Aber möglicherweise auch noch ein gutes Stück tiefer. Das ist nämlich auch möglich. Und wer sich nicht mehr so genau daran erinnert, das ist im Prinzip genau die Situation. A, B, C vorne. Das war die Korrektur hier. A, B, C hier. Das ist die Korrektur hier. Und hinten nochmal ein Schub runter. Das wäre dann das. Und ihr seht, die Orientierung hier ist ganz gut. Mit Chancen, dass es aber auch deutlich mehr wird. Das muss nicht sein. Wir sind häufig auch in der Nähe dieser Marken. Aber gerne auch tiefer. Also ihr seht, hier war das auch tiefer. Das ist nämlich quasi im Kleinen nochmal die Situation. Ihr seht, wir haben es auf sehr, sehr vielen verschiedenen Größen, dieses Bild. Und das ist eben die durchaus Legitimation, dass selbst wenn es jetzt, weil sich alle doch nochmal aufrafen, kommen, dann machen wir noch ein neues Jahreshoch, oder ein Allzeithoch sogar. Das wollen wir uns noch. Komm, das wollen wir jetzt noch sehen. Selbst dann bin ich nicht begeistert. Und wer jetzt dann sagt, aber dann haben wir doch ein neues Hoch. Ja, genauso wie wir hier ein neues Hoch hatten. Genauso wie wir hier ein neues Hoch hatten. Und anschließend, der Kurs ja deutlich nach unten ist, wäre das sogar eine Nummer größer. Deshalb, wenn ich ehrlich bin, ich fände es fast schöner, wenn der Markt jetzt sagt, komm, uns reicht doch das jetzt. Dann lass uns doch in den nächsten Wochen hier nochmal runterkommen. Dann lass uns ganz friedlich nachher eine Jahresendrallye dann machen. Und dann müssen wir zwar auch nochmal bangen, ob es nur eine ABC wird. Aber wenn dieses Teilstück dann möglichst überlappungsfrei und impulsmäßig nach oben ist, haben wir eine realistische Chance, dass das sogar dann im Nachgang weitergeht. Und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir später sogar noch weiter steigen. Aber dafür wäre dieser Rücksetzer eigentlich eine ganz gute Entlastung. Dann könnten wir nämlich statt diesem vermurksten Anstieg an dieser Stelle, jetzt kommen wir nochmal richtig, für Erwachsene einmal, die Bewegung, die wir dann hier vorhaben. Also das vielleicht dazu zur Erklärung. Falls ihr das in einem anderen Video der Finanzdresen, dort haben wir gesprochen, Wirtschaft und Börse vor dem Absturz, habt ihr vielleicht schon gesehen. Wenn nicht, schaut es euch an. Das Video ist mit Sicherheit hier verlinkt im Umfeld hier dieses Videos. Schaut es euch unbedingt an. Dann, das ist nochmal, wie ich finde, sehr, sehr erhellend. Auch gerade die anderen Aspekte da in dem Zusammenhang nochmal mit reinzusehen, was das Ganze bedeuten kann. So, also die Chart-Technik. Im Moment aber sowieso gar nicht so sehr. Das war nur die Erklärung als Nachlieferung zu dem anderen Video. Das war allerdings ohne Charts. Und deshalb habe ich gesagt, hey, ich zeige das nochmal im Chart-Beispiel, damit das ein bisschen klarer wird. Ich hoffe, dass das für euch ein bisschen mehr Erkenntnisse bringt. Im Nahkampf-Chart allerdings muss man sagen, naja, da scheint das Spiel klar zu sein. Relativ steil runter. So halbwegs A, B, C nach oben. Und jetzt die Abwärtsrichtung. Es ist natürlich eine Chance, dass wir hier doch nur eine A, B, C bekommen. Ja, die Ziele dafür. Ich hatte sie eben schon mal kurz eingeblendet. Ich mache es mal hier auf Tagesebene. Die Ziele dafür. Also ich messe einfach den höchsten Punkt, den tiefsten Punkt und hier den höchsten Punkt beim Future. Müssen wir gleich nochmal drüber nachdenken. Das wäre 33.600. Das wäre hier die gleiche Länge. Viele erinnern sich noch, diese Kerze ist so lang wegen des Verfallstermins. Deshalb machen wir die gleiche Zeichnung nochmal beim Index. Und da sehen wir, da sieht das ein bisschen anders aus. Das ist ein bisschen verwirrend. Da weiß man nicht so genau, wo muss ich es denn jetzt anlegen. Deswegen ist die Korrektur quasi nur dieses Teilstück. Dann wären es ungefähr 33.420 ebenfalls. Oder vielleicht sogar ein bisschen tiefer, wenn man es da anlegen muss. Naja gut, aber auf jeden Fall noch ein gutes Stück tiefer. Da sind auf jeden Fall noch locker so knappe 400 Punkte drin, die der Kurs jetzt auch noch weiter nach unten gehen kann. Das wäre zumindest nicht atypisch. Und ihr denkt daran, es ist sehr realistisch, dass der Kurs halt eher Richtung 32.000, das ist eigentlich schon zu kurz, 31.500, 400 und ein bisschen überschießt er auch gerne, so 31.000. Also bitte nicht an der Marke 31.000 exakt festhalten. Man kann eine grobe Schätzung für die Box, liegt möglicherweise so. Ja, die Oberseite 32.000, vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ist ja nicht undenkbar. Und unten 30.500 kann auch tiefer gehen. Aber das wäre jetzt mal so eine ganz klassische Ansteuerungsmarke, die da jetzt erstmal auf dem Plan ist. Na gut, wollen wir mal sehen, ob das passiert, ob es wirklich so dramatisch wird. Lassen wir uns mal überraschen. Ich werde jetzt nicht nochmal so intensiv über den S&P reden. Wir haben hier grundsätzlich Schub runter, wackelig hoch, das gleiche Bild. Dementsprechend da gar nicht so viel Besonderheit. Die grüne Marke, die wir hier haben, die ist, ich schiebe das mal zur Seite, entstanden aus der gleichen Korrekturgröße vorne. Jetzt machen wir auch hier nochmal diese gelbe Projektionsmarke. Wenn ich das jetzt mal hier futurekonform anlege, dann würden wir sogar ziemlich passend hier ungefähr bei 4.281 bis 65. Bitte nehmt das immer nicht super genau. Jetzt machen wir noch die Extension dazu vom Tiefpunkt, die Gegenbewegung. Wir sind jetzt zum Hochpunkt. Dann haben wir hier so eine vorläufige erste interessante Marke hier in diesem Umfeld, die ich jetzt hier mal so eingezeichnet habe. Also ein bisschen tiefer kann es da gehen. Und wer sich jetzt wundert, es ist doch hier gar nicht so weit wie beim Dow. Viele von euch erinnern sich, Dow und S&P laufen nicht immer gleich. Und noch ist es nicht gesagt, ob der Kurs hier dreht. Das wird hier die nächste Prüfung sein, die er hier vorhat oder die er hier zu bestehen hat. Ähnlich ist beim Nasdaq, da sparen wir uns das Ganze allerdings auch noch ein bisschen tiefer. Wir haben das schon mal mehrfach mal ausgerechnet, aber 14.000, ah komm, machen wir die Zeichnung auch noch. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Höchster Punkt, tiefster Punkt und wir legen das jetzt mal hier an. Das hat so ein bisschen Floor wegen dieses Future Sprungs, aber ich sage mal so, in der Größenordnung in etwa können wir damit rechnen. Das ist so halbwegs auch mit dieser blauen Box. Die blaue Box ist in dem Fall die große, die vierkantige da, die quadratische, die repräsentiert die gleiche Größe in etwa wie das, was wir da haben. Also das wäre dann so der Bereich 14.300, der mir dazu in den Sinn kommt, wo ich mir vorstellen kann, das wäre das Pandor dazu. So, länger will ich dieses Video nicht machen, alles andere haben wir darüber gesprochen. Natürlich gilt das Gleiche, was ich beim DAX gezeigt habe, wie es aussehen muss, wenn der Kurs wenden soll. Das gilt natürlich für alle Indizes, auch für die amerikanischen und natürlich auch für andere Märkte. Wenn ihr auf anderen Märkten nochmal unterwegs seid, dann gilt das gleiche Prinzip. So, jetzt hoffe ich, dass ihr ein bisschen was damit anfangen konntet. Schaut euch sehr, sehr gerne nochmal das andere Video an. Der Finanztresen, Wirtschaft und Börse vor dem Absturz. Sehr interessantes Gespräch mit Markus Fugmann, Dr. Jörg Rahn und mit mir. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.